Das war's. Okay? Richtiger wird's nicht. Missfit 1-3, hier Missfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Dein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sonnepunkt begeben. Hier 1-3. Verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts. Nicht jetzt, wir kommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorn müsst ihr rechts. Danke! Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so'n Scheiß abgeht? Ich mach dir nicht mal der Arbeit, richtig? Du willst es nicht mehr. Aber hier ist... Komm, schicke dir die hier raus. Ich geh dir nach. Du platzt Sachen. Hast du und was? Ich gucke und lass ihn dir aufrufen. Ich muss die Arten, was die Arten, wo das Geschwindigkeit und die Zeit geht. Okay, nein, was ist die Arten, was ist die Arten, was ist die Arten. Ich schau sie, das ist der meines Dach, ich bist der Arten. Ich schau sie, das ist der Arten. Ich schau sie, das ist der Arten. Ich schau sie, das ist der Arten. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 09.30 Uhr haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinser Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt da mit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kaseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten aus. Los! Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja. Ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Achtet auf die Ecken. Er ist weg. Geht zu zweit drüber. Black. Du, Nekovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das alles nicht. Schaffet sie! Riff raus, Grenate! Wo ist der Alleebster? Hey, ich bin in den Knochen! Schaff sie rein! Los, los! Ich schieße! Und gleich! Vorsicht! Grenate! Feuert weiter! Ich bin getroffen! Da kommt die! Schaltet diesen Scheißkerl aus! Achtung! Sie bewegen sich! Los, los, hinter mir! Bist du okay? Gut. Okay. Alles cool. Panzer Faust auf zwölf Uhr! Er hat verstorben! Bleibt von den verkackten Autos weg! Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Gott, gedahle das Scheißgebäude ab! Ziele beim Gebäude! Anderes Ende vom Parkplatz! Sie kommen von der Seite! Bewegung! Da vorn, da vorn! Sie kommen über die Mauer! Rechts! Kontakt! Sie! Sie! Ich bin ja vor doin' den Daumen! Bauern! Ab him! Ah! No! Oh, man! Auf! Auf! Schichten! 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 Wir übernehmen. Hey, Kumpel. Kannst du das spüren? Okay. Dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Busch. Noch ein Beben? Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Augen offen halten. Scheiße. Zu ungeschafft. Wir müssen uns von Decken zu Decken fortsetzen. Bleibt nicht von den Kämpfern stehen. Sie sprachen kein Arabisch. Holt Al-Baschir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran, oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3. Hier, Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Gesicht. Scheiße! Kontakt! Sieht jemand was? Das ist eine beschissene Fünfziger. Unten bleiben. Unten bleiben. Das Hotel. Ich glaube, es ist das Hotel. Los. Von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und? Los. Okay. Unterwegs. Und los. Los. Okay. Unterwegs. Und los. Und los. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden. An die Wand. Blake, warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Scheiße. Einfach weitergehen. Okay, okay. Da ist der Scharfschütze. Okay, okay. Da ist der Scharfschütze. Ziel perfekt erwischt! Das ist die Mitch jealousy. Ich gehe bis zum Rand. Wie geht's? Wie geht's? Do mit ihr? Wie geht's?